Wenn du in der Kaltakquise am Tag 100 oder mehr Anwahlen machen musst, weil sonst nicht genügend Termine bei rumkommen, dann ist dein Leitfaden einfach total beschissen. Sorry, dass ich dir das so direkt sage, aber wenn du 100 Anwahlen machst, dann musst du mal mindestens 8 bis 10 Termine am Tag vereinbaren. Wenn das nicht der Fall ist, sorry, aber dann brauchst du einen anderen Leitfaden, eine andere Strategie.